Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin wieder back in town. Hier ist MC Royals und hier ist MC Milo. Hallo Milo. Okay, kannst du den nehmen? Wir holen jetzt den Fabio ab und dann geht's zu Sarah Connor. Vielleicht können wir ja so eine Art Carpool machen. Erstmal muss ich gucken, ob ich da Auto fahren kann, weil ich hier zwei Wochen einfach kein Auto gefahren bin. Und die in Thailand sitzen rechts beim Fahren. Wisst du das? Oh, das ist komisch. Alter, ist so komisch Auto zu fahren gerade. Ja, aber. Oh, der Dips. Ah, ah. So, angekommen bei Fabio, ich sag, wir zählen mal die Zahl. 20 für 19, Fabio hat geschrieben, komme. MC Topoloo. Hey, bei mir ist es so großartig. I'm not queen. Richtig, mein Junge. Baby. Du weißt gar nicht, wie wir wollen mit deinem Leben. Hi. Okay, jetzt schau mal. Du weißt, wie du mein Blackberry egg, wenn du mir schreibst. Hier WhatsApp nur auf Blackberry egg. Du siehst wie Anubi, schreib mir Anubi und ich weiß Bescheid. Du weißt, wie du weißt, wie du weißt. Ja, habt ihr das Essen schon geholt? Ja, ne? Ja, schreck, schreck. Was habt ihr bestellt? Das, was du haben wolltest. Für euch, Junge. Du, Jay, wie beide. Du, Jay. Wieso einer? Ja, ich brauche auf jeden Fall Hilfe beim Schneiden, ne? Ja, das finde ich, die beiden ist nicht so schwer. Aber erzähl mal ein bisschen, was du für Content machen willst. Content machen wie du. Also, hi, girls. Ja, richtig. Heute zeige ich euch, wie man mein Bad macht. Was kommt in meinen Kanal? Voll komisch, mein Kanal. Ne, moin, genau. Eigentlich voll die Unterhaltung ist das eigentlich nicht. Du kannst mit 10.000 Euro Bar sein. Das ist aber? Ja. 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 Boah, ne Zinke. Du bist ohne. Ja. Gib deinen Schlüssel. Dann gib uns mal das Essen und den Schlüssel. Sag mal, was ist ruhig? Woher gehst du? Alter, ist ruhig? Wie kalt, Alter. Ich seh gerade cool aus. Hä? Findest du? Ja, muss. Ich sag gar nichts. Ich hab zwei Geschenke mitgenommen für Fabio. Weil eins reicht nicht. Bin sehr aufgeregt. Ich schwöre, ich freue mich so, wenn du eines Tages deine Videos selber schneidest und diese Beleidigungen rausschneiden musst. Und dir dann mehr... Ich beleidige gar nicht. Aber guck mal, was für ein Spaß sie. Du riechst auch Sarah. Boah, die ist so faul, ne? Warum ich viele Stockwerke suche? Hast du mal voll? Ein Stockwerk? Ein Stockwerk? Ja. Wie sieht das aus? Was habt ihr gemacht? Hast du schon die Lille gesehen? Maja, komm mal hin. Da! Mann, cool, du bist da, ey. Kannst du vorm Essen mal die T-Shirts anprobieren? Ja, Mann. Wie war das so schön? Das Ding ist ja, in Abu Dhabi waren die ja viel zu... Groß. Klein. Ich hoffe aber, dass die dir klassen. Willst du erst mit dem Off-White oder dem anderen? Mit Social Club. Ja, ich hab dir im Original T-Shirts mitgebracht. Zeig mal von vorne. Ach so, ey. Ja, kannst du hier umziehen. Sieht das gut aus? Ja. Was ist das? Echt? Boah, der mich auch. Oh, der hat Cola in Flaschen. Ja klar, sag mir das doch vorher. Aber wenn es Cola in Flaschen ist, dann kriegst du es natürlich besser. Ey, sorry, aber... Was willst du denn jetzt? Wasser, komm. Boah, der Nerv. Lass dem einfach eine Cola hier. Ich will. Bruder, süß. War Origela hier am Berg oder was habt ihr angeschmissen? Ey, war Origela hier oder was geht ihr ab? So, Leute, wie pangert unsere Knoll auf? Ich kann damit schicken. Ich hab keine Cola. Was musst du machen? Alter, wie krass. Wie krass. Wie krass bist du denn? Das muss jetzt gleich gehen, Leute. Ich mach mal. Ist die Kamera scholl? Leute. Schaut mal, wer duschen will. Mama. Hi, Mama. Okay, jetzt heißt es abtrocknen und föhnen. Ne, kleiner Mann? Boah, Leute, ob man es glaubt oder nicht. Ich werde jetzt meinen Koffer auspacken. Denn ich habe keine Lust mehr darauf, die immer eine Woche hier stehen zu lassen. Ähm, das gefällt mir nämlich gar nicht. Also irgendwie gefällt mir. Also hat es mir die ganze Zeit gefallen. Ich schwör's euch. Könnt ihr bitte sagen, ob ihr Team, ich räume direkt auf seid. Oder ob ihr Team, ich lass den einen Monat da stehen. Einen Monat ist schon echt viel. Ich weiß, aber so war ich bis vor kurzem noch. Ich weiß nicht nochmal. Aber ja, ich möchte den jetzt komplett ausräumen. Damit ich keine Probleme habe. Dann muss ich duschen. Und zeige euch dann mein neues Bett, by the way. Das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Irgendein kleiner Sneak Peek. Ist von Mubella24. Ich kann euch den Link auch gerne in die Infobox senden. Ich liebe das. Ich habe wie ein kleines Baby hier drin geschlafen. Wenn ich hier drin schlafe, ich checke gar nichts mehr, was um mich herum geht. Ich wollte schon immer ein Boxspringbett haben. Aber ich zeige euch das gleich. Ich muss jetzt noch ein bisschen mein Leben regeln hier. Komm mal her. Ja, komm mal hier. Ja, ja, ja. Also, hab ich ja gesagt, ich möchte euch noch das Bett zeigen. Und das hier ist es. Es ist ein Boxspringbett. Ich habe mir das in Grau bestellt. Nee, Mei, du fühlst dich auch mega wohl hier drin. Das ist so ein schöner, schöner Stoff. Ich kann es wirklich die ganze Zeit einfach nur so streicheln. Aber die haben noch ganz, ganz viele andere Betten. Also nicht nur das. Und, ähm... Ja. Das ist mein neues Bett. Meiner ist irgendwie im Kabel hängen geblieben. Da ich gefragt worden bin, ob ich die Bikinis, die ich bestellt habe, euch zeigen kann, dachte ich mir, zeige ich die euch einfach mal. Das sind 1, 2, 3, 4 Bikinis. Einmal der hier. Dann geht es weiter zu diesem pinken. Der ist eigentlich mein Faible. Dann ist das wieder so eine hochgeschnittene Short mit diesem Oberteil. Und das hier. Das ist auch sehr, sehr hochgeschnitten, wie man sieht. Ja, schade, aber egal, dass die jetzt jetzt angekommen sind. Schwamm drüber. Ich habe jetzt einfach schon meinen Kofferfass ausgepackt und werde jetzt die Sachen waschen. Weil die sind ja alle voll mit Schweiß gebadet. Und dann gehe ich selber duschen. Es gibt einen neuen Jumeirah-Store in Köln. Hallo Fabio. Können wir mal kurz darüber reden, wie krank, geil dieser Laden ist. Wie groß ist der bitte? Und wie schön hat sie das eingerichtet? Ich komme nicht klar. Diese Marmorwand und alles sieht so, so schön aus. Ist wirklich super, super schön geworden. Wieso geht die jetzt, wenn ich komme? Zeig mal. Also deine neue Motivation. Super schön. Alles gut, du brauchst nicht. Richtig fehl am Platz. Oh, schön. Kim Kardashian ist auch hier. Sie hat ihre Hose runtergezogen. Machen schwarzen Balken drüber. Die ist echt mini. Die ist 1,55 oder so. Kim Kardashian. 1,55. 1,53, 1,55. 1,55. Fabio, guck nach. Wirklich, die ist mini. In der Kamera sieht dein Gesicht dieselbe Farbe aus. Guck mal, Fabio. Machen wir mal. Guck mal. Oh mein Gott. Das hat nur Jussi. 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 Hey, hey. Schnapp. Nein. Zeig mal, wie man Frauen anmacht. Okay. Hey. Ich bin neu hier. Kannst du mir vielleicht Köln zeigen? Oh nein, er fällt hier. Ich will nicht so schnell. Schimmer. Schimmer. Das ist mein Erbeschiff. Kannst du nicht machen? Guck mal. Du hast eine Freundin, lass das. Ja, ist okay. Du musst sie küssen. Ich hab schon. Hier, Schatz. Ich find's richtig geil. Ich find den Rock voll geil, aber das Oberteil passt dir nicht. Ja. Kannst du nur den Rock holen? Du siehst aus wie ein Straßenschild, Jasmin. Ich seh aus wie ein Aufdachloser. Ich will das aus vorher klargestellt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah. Okay, das hör ich jetzt nie wieder. Jasmin? Kannst du das erklären? Ich komm zu dir, Kim. Oh, das ist auch schön, oder? Ich hab schwarz nicht gesehen. Ach so. Ist so lang? Ja. Das müssen wir kürzen. So Freunde, das war's jetzt auch schon mit dem Vlog. Wie ihr vielleicht das Geräusch hört. Das ist von meinem Laptop und damit schneide ich schon seit über einer Stunde und das hat einfach von meinem Kopf komplett zerstört. Ich versuch das jetzt irgendwie zu beheben, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist mit Thailand Vlogs? Ich habe zwei, drei Vlogs gedreht und einen schon geschnitten, aber ich bin so eine Perfektionistin und ich hasse es, wenn irgendwas langweilig ist. Und für mich sind die übelst langweilig, weil nur ich zu sehen bin die ganze Zeit. Und so ein Vlog wie jetzt finde ich halt einfach persönlich viel, viel witziger. Deswegen bin ich mir einfach noch extrem unsicher, was das angeht. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich die hochlade oder nicht. Diesen Monat kommt auf jeden Fall noch ein Live-Update-Video. Ein Mookbang versuche ich für euch zu drehen, weil ihr das so sehr gewünscht habt mit Ryan und Fabio. Dann kommt noch ein Naked Haul. Und ja, also ich versuche wieder viel aktiver auf YouTube zu sein für euch. Und falls ihr noch irgendwelche anderen Video-Wünsche habt, dann let me know. Schreibt mir das in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis ganz, ganz bald. Adieu!